und damit herzlich willkommen leute zu einem neuen video was ist das laut der kann getausch bin der junge das lied es ist von mir aus alten tagen du berührst ein objekt und wirst zeuge seiner vergangenheit du fühlst seine geschichte ein objekt das ein echo der macht abstrahlt naja das können nicht viele jedi woher wissen sie das ich war mal ein jedi aber das ist vorbei kenne ich euch nein ich kannte deinen meister jared zu paul er war ein wahrer hüter der republik er war ein held wisst ihr während der auslöschung ist mir was passiert ich habe überlebt aber meine verbindung zur macht ist beschädigt wenn ich meditiere mich einfach fallen lasse ist die kontrolle weg als wäre ich wieder in dem moment als du hast überlebt karl und du bist nicht allein nicht mehr wir haben unser zielgleich erreicht raus aus dem überraum bogana das ist bogana ein jedi den ich kannte entdeckte ihn vor der auslöschung er ist auf keiner karte verzeichnet das imperium weiß nicht dass dieser ort existiert nein und wie ist der plan wir verstecken uns hier wir brauchen uns nicht zu verstecken karl sieh dir das da drüben an ich glaube in dem gewölbe ist der schlüssel zum wiederaufbau des jedi ordens aber nur wenn die macht in dir stark genug ist kannst du bestehen und weil ihr kein jedi mehr seid braucht ihr mich ich weiß du traust mir nicht und ich bin nicht sicher ob ich dir trauen kann aber wir haben denselben feind und dasselbe ziel ich erkläre dir meinen plan wenn du am gewölbe bist aber bis dahin ist dir jemand der dich treffen möchte möge die macht mit dir sein na das ist ja super sie vertraut mir nicht wir vertrauen ihr nicht dann suche ich wohl nach einem jedi aber wenn schon einer hier ist wozu braucht es hier dann mich ein sicherer ort zu meditieren ich muss mich nur konzentrieren ich bin da mir nicht immer ich bin natürlich auch ich bin natürlich immer Also wir haben keine Fähigkeitspunkte mehr. Super. Oh. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ja. Alles gleich. Ja, ich bin mir. Warte. Ich bin mir. Ja. Das war's. Ja. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Wie hast du das gewusst? Halt. Hast du nicht? Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalte die D1. Ich komme. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte. Ich helf dir dabei. Darf ich mal? Ja. Oh, schon gut. Hm. Schön. Der Scamp-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. Ja, funktioniert wie auch alles. Super. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay. Also, erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge. Ich bin schon selber raus. Sehr eng. Es wird schon gehen. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Okay. Die Ranken werden ja Mean überall los. Und zwar schwer. Ya. Danke. Es wird schon recht modern. Die Ranken können passieren. Alles ist super. Oh, genau. Ja, mir geht's gut. Au. Dein Heilungsstimm. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Okay. Hier, komm an Bord. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? BD1, hier rüber. Fahren wir hier nicht schon mal? Nee, hier können wir unser Lichtschwert anpassen. Geil. Nee, ich bleib bei... Achso, da können wir noch nichts gesperrt. Aber mir gefällt das ja nicht so. Ich glaub, ich nehm das. Schalter. Oder doch, doch, doch. Nein. Nein. Wir nehmen das. Weiter hin. Schalter. Für so ein klassisches Häuser. Für so ein klassisches Häuser. Schalter. Das. Wir nehmen ne andere Farbe. Das Blaue geht's mal auf den Sack. Ich will mal das Rote oder Orangener sehen. Nee. Ist das auch noch nicht. Das ist auch noch nicht. Das ist auch noch nicht. Aber... Hallo. Ich will grün haben. Einmal bitte. Nee. Naja. Ich muss sagen. Das ist ein Typ, der... Ist für ein blaues Lichtschwert bestimmt. Eigentlich rot. Blau. Ich will blau. Blau. Geh doch. Das beiden wir jetzt. Was? Das geht nicht. Was? Ja. 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 Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Ja. 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 hab ich den Blatt, dass er nicht erschrocken kann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber ich will doch gar nicht hier runter, Alter. Da komme ich nicht weiter. Da geht es auch nicht lang, ey. Okay. 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 Das war hier wahrscheinlich so ein Schiff. Okay. 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 Come here. Okay. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Und jetzt hier runter. Und... Und jetzt kommt es um, 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 dann gehen wir mal hier ran und dann müssen wir gleich wieder balancieren könnte ich wetten d der leistung Hilfe! Da war die falsche Richtung. Ja, wo geht's denn? Nein, wir müssen einen Weg finden. Das steht außer Frage. Ja, aber was müssen wir denn da machen? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich suche mal was raus und verabschiede mich jetzt schon. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal und tschau! Ja, tschau!